Das ist der dritte Part von, na guck mal, ob ich so aussprechen kann. Wheel of the Mad God. Ich kann lesen! Achso, geht's schon weiter? Ja, schießt sich grad ab. Bam, bam, bam. Warte kurz. Ah, ja. Come on. Ich dachte, so warte kurz, ich will nur mal kurz fragen, ob irgendeiner handeln möchte. Hadouken. So, dann können wir weitergehen. Ups, scheiße, falsche Maustaste. Hadouken. Ich spiel kein Street Fighter gerade. Woher war das nochmal? Street Fighter. Wo war das? Von Dragon Ball? Nein, nicht von Dragon Ball. Street Fighter! Ach, was? Street Fighter? Ja, kenn ich nicht. Mit Online Let's Play. Hadouken! Anime-technisch bin ich sowas. Das ist ein Spiel. Oh. War das kein Anime? Nein! Was du jetzt bei Dragon Ball meinst? Das war doch ein Anime! Nein, was du bei Dragon Ball jetzt meinst, war Kamehameha! Bam! Ach ja, das war Kamehameha! Hadouken kommt von NYU! Kamehameha! Was du jetzt meinst, war... ...wirklich Street Fighter. Ah, boom! Hadouken! Ich hab heute Morgen zum ersten Mal herausgefunden, dass man in Lego City Undercover in Fahrzeugen springen kann. Ja. Okay, ich sag nichts dazu. Hadouken, Hadouken. Ich brauche den tut man's nicht. Du machst den LKW sowieso meistens damit kaputt. Ich brech mal kurz ne Pause rein, schnitt, bis der Junge hier was im Tauschen gefunden hat, oder was? Nö. Oh, jetzt? Die können sich nicht, äh, die können sich zu mir teleportieren, wenn sie wollen. Level Up Level 10. Oh, gut, weiter. Wenn sie was brauchen sollen, sie kommen, die Jungs. Und was ist, wenn's ein Mädchen ist? Oh, ein Buddha. Hast du Pech gehabt? Ein Buddha. Oh nein, ich bin so ein Schmachmädchen. Ist das was für mich? Yay. Warte, möchtest du, möchtest du, ähm, irgendeinen Ring? Ich hab, ich hab, im Angebot hab ich Ring, Ring of Speed plus 3 Speed, Ring of Magic plus 40 Magie, Ring of Defense hast du schon, und Ring of Attack plus 3 Attack. Nö, bleib bei Defense. Defense, Defense! Vorher hast du das immer rausgehauen. Ich glaub, hier, ne? Keine Ahnung. Gestern? Defense, Defense, neue Schild. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich hab zu viel Scheiße irgendwo hergeklaut, ne? Das spreche ich aber nicht. Das war wie aus irgendeinem YouTube-Video mal gehabt. Aber gestern der Part Draw My Life, das war geil, oder? Hm. So mach ich Milchhecks, aber war auch ganz gut. Kaufst du die Milch? Was? Weil so mach ich eine Milchhake. How to make a Milchhake, how to basic, guckt mal rein. Ich find das zu geil, du bezahlst die Milch. Das ist... Der nächste Navi, müssen wir Frau Wirkus zeigen. Ich glaub, das ist ein Drachenei hier, oder? Töten. Das kann ich erst nicht nähen. Kann ich nicht! Aber da oben ist ein Lich. Los, lass uns zum Lich gehen. Du bist soweit weg, ich telepore mich. Äh. Überholt! Scheiße! Ich glaub, ich... Ich glaub, ich bin schneller als du durch den, ähm, plus 5 Speed. What the fuck, hier war ich halt noch nie. What the fuck? Sieht gefährlich aus. Ich wollte auch noch nie sagen. Sieht gefährlich aus. Hey, ja, es scheint wirklich ein Todesgott zu sein, die sind überall Mumien. Ich wasch einfach gerade nach... Wo bist du? Ach du Scheiße, der macht Schaden! Geh weg, geh weg, geh weg! Wer, der? Der da? Ja, der da! Nö. Ja, geh weg, wenn du leben möchtest! Ich töte die gerade. Guck auf deine Lebensanzeige! Ja, ja, ich mach. Was? 22? 23? Okay. Hey, da ist eine Mumienprinzessin, oder ist das ein Prinz? Ich fühle dich hier schon ein bisschen kurz. Bisschen kurz. What the fuck? Ich bin tot. What the fuck? Ich breche dich. Bam. Oh, ich hab einen Scheiß. Ich späte dich. Bist du tot? Nein, noch nicht. Ich komm mich gar nicht rein. Ich versuche natürlich, die kleine Öffnung hier durchzuschießen, aber. Fuck. Ich werde dich brecheln. Mann, du bist wieder. What? So, ich mach jetzt eine neue Runde mit einem Archer, glaub ich. Feil dich! Boah, einer weg. Die bringen nur ein EXP. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hab doch... Ich hab keine Heiltränke mehr. Nein! I'm a Barbie-Girl. Alter, wie viel von die vier? Noch nicht. Ich hab schon drei getötet wieder. Hm. Oh. Du bist toll. Wer ist er denn? Der hat einen Dreier schon. Token-Schützen kann man sich auch... Kann man sich auch Amor kaufen. Ja? Ja, dann bin ich ein Typ ohne Unterhose. Okay. Okay. Wollte ich mich verarschen, oder tut die bloß so? Ich geh jetzt da rein. Boah. Okay, ich bekomm wahrscheinlich viel zu viel Schaden. Ich denke, die bekomm alle weg. Auf Level 1. Hab meine erste Potion schon verbraucht? Meine ganzes Einzeste? Das ist geile, ich brauche gar keine Magietränke mehr, um mich zu heilen. Äh, keine Helf-Tränke. Warum? Mein Special Attack heilt mich und alle in meiner Umgebung. Oh, kannst du das? Ich bin tot. Ach, ich bin auch tot. Gut, ich glaub, da gewinn ich hin, ne? Ich hab genau 100... Ich hab genau 100 Mal geschossen. Warte, wie oft hab ich geschossen? Mit meinem Priester? 1000 Mal. So, und seht ihr, so seht ihr jetzt das Let's Play immer aus? Verdammt, ich wollte gar nicht als Priester spielen. Boah, jetzt bin ich ein Priester. Taha, ich hab immer noch keinen Neuen. Das Ende... Das Ende ist jetzt, ich will kein Priester sein. Ich hab keinen Neuen. Tricks, denn. Strasse, Chef. Ich bin mal Mario. Ah, ich hätt doch... Ich bin dämlich, ah. Muss nicht sagen. So, ich trinke jetzt ein wenig... ...harte Milch. Oh, Calcium, man, dicker. Hm. Kann ich schießen, vorte. Uh. 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 Ihre Milch von ihrem EWK. Keine Werbung mehr. Wenn ich in dieses Zweck bekomme, dann kriegst du es dir. Nee, ich hab EWK gesagt, nicht? Ich hab EWK gesagt, da kann mir keiner ein Strike geben. Naja, aber für meinen Tentenbewerb im letzten Paar. Du hast mich angestiftet. Ich hab dich angestiftet. Ja. So weit kommt's noch. Du bist eh nicht auf YouTube, also. So. Ich möchte Merlin haben. Oh, wo bleibst du denn? Wo bist du? Medusa. Medusa. Ist das schon drin? Ja, ich geh grad rein. Ich glaub hier um Medusa-Kreise, warte bis du kommst. So, Fik hier. Ich bin schon nur bald. Ich geh schön zu Scorpion-Krein. Oh, warte, ich teleportiere mich. Ich hab ein Magier wieder. Ich mag die Magier. Uh. Wo hab ich? Firewarnstuff. So, schön aufgeräumt. So will man das doch. Weiß. Robe. Du kannst mich mal. Ich sag noch meine Robe. Mains. Nö, 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 nö. Das hab ich nicht gehört. Meine Robe. Bam, weg ist sie. Hä? Du müsstest eigentlich realen Dollars haben, also besitzen. 100 Stück. Ich hab fünf. Okay. Wie bekommt man die denn? Level Up. Ey. Kaufen. Echtes Geld. Nach. Und im Spiel bekommst du bestimmt auch, ne? Nein. No, jetzt hab ich null. Was hast du gemacht? Oh, du hast dir ne Potion gekauft. Nein. Das wüsste ich. Wo bist du? Teleportierisch. Oh, du bist so richtig verlaufen. Bam, tot. Roll. Äh, nur ein Kendo-Stick. Token. Quests completed. Ring of attack. Mann, sterb doch mal, du Q. Ich hab nicht jetzt mal Q. Oh mein Gott, ich werde ver... Das erinnert mich gerade an Pogo-Puschel, irgendwie. Was? Oh mein Gott, ein Pogo-Puschel. Kautha, das müsstest du kennen. Gleich. Zehn Minuten sind schon wieder vorbei. Ah, ich weiß schon. Zocken wir schon in einer halben Stunde. So, ich verabschiede mich jetzt schon wieder. Und ich ebenfalls. Ich hab mich heute schon kurz auf verabschiedet. Dreimal jetzt. Ja, dreimal zu viel. Bis... Danke, bis zum nächsten Mal. Ball. Dann.